Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Kulturbildern. Wir haben aufgehört bei das Zeitalter der Technik und sind jetzt bei Spiele, Jagd und Kriegswesen. Bild 271, Crocket-Spiel. Das Crocket war im vorherigen Jahrhundert ein bei Groß und Klein beliebtes Rasenspiel. Das in unserer Zeit durch das viel ältere Golfspiel verdrängt worden ist. Wie beim Golf in ein Loch, so muss beim Crocket die Kugel mit dem hölzernen Schläger durch niedrige Eisenbögen getrieben werden, die in bestimmter Anordnung und in regelmäßigen Abständen in die Erde gesteckt sind. Bild 272, Kegelbahn. In früheren Jahrhunderten wurde das Kegelspiel an jeder beliebigen Stelle aufgesetzt. Heute wird es nur auf der leicht ansteigenden Kegelbahn gespielt. Die einfachen Bahnen haben nur eine erhöhte Mittelbowle, auf der die Kugel entlangläuft. Die besseren bestehen aus parkentiertem Bodenbelag. Man unterscheidet mehrere Arten von Spielen nach der Zahl der jeweiligen stehenden Kegel. Bild 273, Pferderennen. Bis Anfang des 19. Jahrhundert blieben Pferderennen, bei denen die Zuschauer wetten auf die Sieg der Pferde abschließen, auf England beschränkt, sogenannte Derby. Dann wurde der Rennsport mit dem Ziele der Voll- und Halbblutzucht auch in Deutschland heimisch. Hamburg, Baden-Baden, Hoppengarten und so weiter schufen Rennbahnen, auf denen als große gesellschaftliche Ereignisse internationale Rennen stattfinden. Bild 274, Hochradfahrer. Hochradfahrer. Der Vorläufer des modernen Fahrrades war das um 870 aufkommende Hochrad, das jetzt nur noch beim Kunstfahren vorgeführt wird. Das Auf- und Absteigen sowie das Fahren mit diesem Zweirad, Bicycle, war sehr schwierig. Das Hochrad hätte nie ein Volksfahrzeug werden können, zudem sich das ihm folgende sogenannte Sicherheitsrad mit zwei gleich großen Rädern später entwickelt hat. Bei dem Hochrad frage ich mich ehrlich gesagt, wieso man nicht sofort auf die Idee gekommen ist, zwei Räder gleichzeitig zu nehmen. Vielleicht liegt es daran, dass man für das normale Fahrrad eine Kette braucht, denn für das Hochrad, wie ihr seht, gibt es keine Kette. Da tut man nur das Vorderrad fahren. Also davor nur am Vorderrad sind die Pedale. Aber hatten die 870 noch keine Ketten? So die Ketten, die man heute kennt in der Fahrradkette? Ähm, bin ich mir jetzt nicht sicher und auch zu faul nachzusehen. Ähm, die werden schon ihre Gründe haben. Wie die muss sein. Äh, Bild 275. Truppentransport. Truppentransporte wurden in den Manöver der alten Armee besonders geübt. Vor dem schnellen Aufmarsch im Falle einer Mobilmachung hing es ab, ob sich die Kriegshandlungen auf dem Heimboden oder in Feindesland abspielten. Den gewaltigen, wohldurchdachten Bahnentransport in den letzten Kriegen ist nicht zuletzt der Schutz unserer deutschen Grenzen zu danken. Ja, man kann deutsche Grenzen schützen. Machen wir weiter mit Bild 276. Truppenheimkehr. Die Heimkehr der siegreichen Truppen aus dem Kriege 1871 war ein besonderes festliches Ereignis. Kehrte man doch in das wiedererstandene deutsche Kaiserreich heim. Die Verbundenheit zwischen Herr und Heimat wurde überall durch begeisternden Empfang gefeiert. Soziale Gegensätze traten vorübergehend zurück, hinter der gemeinsamen Freude und der Hoffnung auf Einigung der deutschen Stämme. Das war das Zeitalter der Technik, Teil 1. Und jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt in diesem Buch. Abschnitt 12, 1875 bis 1900. Das Zeitalter der Technik, Teil 2, Gründerzeit und Jugendstil. Trotz vieler Krisen und zunehmender Umwölkung des politischen Horizontes, schöne Umschreibung, die schließlich den Weltkrieg herbeiführte, waren dem neuen deutschen Kaiserreich über vier Jahrzehnte Frieden beschieden, in denen es sich neben den schon bestehenden starken Heer vor allem eine bedeutende Flotte schuf und Kolonien erwarb, die jede Großmacht braucht, zur zollfreien Einfuhr der fehlenden Rohstoffe, zum Absatz eigener Exportwaren und schließlich als notwendigen Lebensraum ihrer wachsenden Bevölkerung. Für die deutsche Flotte und den Schutz der Nordseeküste war es von Bedeutung, dass das britische Helgoland 1890 durch Tausch gegen Sansibar in Deutschland kam und neben den Kriegshäfen als Flottenstützpunkt aufgebaut wurde. Der wirtschaftliche Aufstieg dauerte an. Zwar waren in den 70er Jahren zahlreiche vorschnell gegründete und auf Spekulation aufgebaute Unternehmungen wieder zusammengebrochen, man nannte diese Jahre geradezu die Gründerzeit, doch beeinträchtigten diese Folgeerscheinungen des siegreichen Krieges und der politischen Neugestaltung dem Aufschwung nur vorübergehend. Das Wachstum der Städte stieg weiter und mit ihm die Entwicklung von der Kleinstadt zur Großstadt und die einzelnen Großstädte zu Weltstädten von internationaler Geltung. Vor allem die Reichshauptstadt Berlin überflügelte an Einwohnerzahl bald alle anderen deutschen Städte. Auch die technischen Erfindungen schritten in dem Tempo fort, das die Entwicklung der Naturwissenschaften schon seit Jahrzehnten eingeschlagen hatte. Der Telegraf wurde zu einem der wichtigsten Nachrichtenübermittler auch über den Ozean hinweg von Kontinent zu Kontinent. Hinzu trat die Fernübertragung des Gesprochenen im Telefon. Öl- und Petrollampen waren bereits durch das Gaslicht ersetzt worden. Die Erfindung des elektrischen Lichts brachte eine noch nie erreichte Helligkeit. Der Motor begann auch im Nahverkehr allmählich die bisher unersetzliche Pferdekraft zu verdrängen. Das Zeitalter des Automobils und Films Cinematografie dämmerte bereits und nur wenige Jahre nach der Jahrhundertwende stieg das erste lenkbare Luftschiff erfolgreich in die Luft. Diese Erfindungen steigerten die Lebensansprüche außerordentlich, aber auch die Kluft zwischen Zivilisation und Kultur verbreiterte sich. Während die Zivilisationen nie geahnte Fortschritte machten, waren Kultur und künstlerischer Geschmack verflacht und veräußerlicht. Man legte Wert auf repräsentative und prunkvolle Aufmachung, ohne nach ihrer Echtheit zu fragen. Vergebens kämpfte der große Kulturkritiker Friedrich Nietzsche gegen Bildungsfilister und Verbildung. In der Kunst dauerte die Nachahmung und wahllose Verwendung der historischen Stile, Baukunst und Möbel noch an, bis am Jahrhundertende eine neue Gestaltungsfile bemerkbar machte, der nach eigener wahrhaftig verhafter und materialgerechter Form strebte und in dem neuen Jugendstil seinen Ausdruck fand. Aber schon vor dem Weltkrieg gemachte sich weiter reformatorische und revolutionäre Strömungen in den freien und angewandten Künsten geltend. Der Deutsche Werkbund wurde ins Leben gerufen und vertiefte das Verständnis für natürlich schlichte, geschmackssichere Werk- und Wertarbeit. Insbesondere suchte die Baukunst unter Abkehr von überlieferten, nichtssagenden Stilen neue Wege, die das künstlerische Ansehen Deutschlands überall hoben. Die Gefahr einer gewissen Verarmung zugunsten einer allzu technisch nüchternen Lösung ist sie dabei nicht immer entgangen. Nach den schweren Erschütterungen des Weltkrieges und der traurigen Nachkriegserlebnisse hat sich das deutsche Volk endlich wieder auf sich selbst besonnen. Erst jetzt ist der Boden einer echten deutschen Volkskultur bereitet, auf dem der schöpferische wie der kulturempfängliche Mensch sich entfalten können. Die liebevolle Rückschau auf fünf Jahrhunderte deutscher Vergangenheit in Leben und Kunst kann uns leistender und wegweiser in der Zukunft sein. Dazu soll diese Sammlung beitragen. Erfüllt sie diese Aufgabe, so ist ihr Ziel erreicht. So, zu dem Letzten hoffe ich mal, dass das bei euch fruchtet, was ich hier vorlese. Bei mir tut es es auf jeden Fall. Und dann kommen wir mal zu Stände und Berufe. Och, die Mütze, ne? Bild 277 Markthalle Die Markthalle ist, abgesehen von schon im 1770 in Paris bestehende Getreidehalle, erst die Schöpfung der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der wachsende Verkehr, die zu umnehmende Bevölkerung der Großstädte und der gesteigerte Gegensatz zwischen Stadt und Land machten solche Zentralen des großen Zwischen- und Einzelhandels notwendig, um die Versorgung mit Lebensmitteln zu sichern. Bild 278 Berliner Straßenleben Zum Berliner Straßenbild Ende des 19. Jahrhunderts gehörte vor allem der Pferde-Omnibus mit Stolz als großstädtischer Verkehrsmittel gepriesen. Als technischen Fortschritt in der Beleuchtung empfand man auch die hohe, mehrarmige Gaskandellaber. Der berittene Schutzmann in Vorkriegsuniform und die Blumenfrau vervorstelligen das charakteristische Bild der Reichshauptstadt. Bild 279 Lokomotivbau Stevenson lieferte 1835 für die erste deutsche Eisenbahn Nürnberg-Fürth seine englische Lokomotive. 1883 baute die Schiffswerth-Übigau die erste deutsche Lokomotive Leipzig-Dresden. Seitdem beginnt der deutsche Lokomotivbau aufzublühen. Vorbildlich patriarchalisches Verhältnisse zwischen Fabrikherren und seinen Werkmeistern und Arbeitern führte zu großartigen Aufschwungen seit den Gründerjahren. Ja, hier ist jetzt mal das Patriarchat mal positiv erwähnt. Aber gut, das kommt ja auch aus einer ganz anderen Zeit. Machen wir einfach weiter. Maleratelier Bild 82 Maleratelier Das Künstleratelier um 1880 glich eher einem Salon als einen Arbeitsraum. Schwere Möbel, Plüsch-Drapiren, Palmen und Arrangements von Faunfedern und künstlichen Blumen, sogenannte Makart-Bukets, nach dem berühmten Wiener Maler Hans Makart, füllen das Atelier an. Es war die Zeit parvenhühafter Oberflächenkultur, die den gesellschaftsfähigen Salonkünstler dem echten Vorzug. Bild 281 Backstube Trotzdem gerade das Backen jahrhundertelang im Haushalt selbst besorgt wurde, wie vielfach auf dem Land heute noch, ist doch das Bäckerhandwerk eines der ältesten Gewerbe, das sich zuerst an Orten bildete, wo viele Menschen zusammenlebten. Heute backt die Hausfrau in der Stadt höchstens den Festtagskuchen noch selbst oder gibt den eingerührten Teig zum Abbacken in die Bäckerei. Nun, dem ist heute ja nicht mehr so. Heutzutage hat jeder einen eigenen Ofen. Dementsprechend, also ich habe es noch nie gehört, dass jemand den fertigen Teig dem Bäcker gibt. Warum auch? Aber gut, damals war es vielleicht nötig, beziehungsweise vielleicht hatten alle, damals nicht alle einen Backofen gehabt. Und da ergibt es Sinn, dann es zum Bäcker zu geben. Der hat natürlich einen Hochleistungsofen. Aber gut. Und kommen wir zum letzten Bild für heute. Bild 282. Weißbierwirt. Das Weißbier, ein aus Weizenmalz hergestelltes Bier, ist wie die Leipziger Gosse, Gose oder die Braunschweiger Mume, eine für Berlin berühmte Spezialität. Früher gab es eine ganze Reihe, heute meist eingegangener, urwüchsiger Weißbierstuben, die der Berliner gern aufsuchte, um aus breiten, henkellosen Gläsern seine Weiße mit dem Obligatenkorn oder Himbeerschuss zu trinken. Und das war es für heute. Ich wünsche euch schönen Abend, schönen Tag, schöne Nacht. Und dann sieht man sich wieder bei der nächsten Folge. Korrekt. Und lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.